ARD Text im Auftrag von Funk Dammit. Und? Nice. Unser erstes Damierplex, außer hat uns leider gesehen. Deswegen wahrscheinlich nicht die Nebenquests bekommen. Wait, ist das ein Staravia? Das ist tatsächlich ein Staravia. Charlie ist laufend immer weg, Staravia. Staravia will campen? Komm an, Junge. Boxen wir uns. Level 14. No, nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir denn? Walzer ist halt sehr effektiv. Machen wir das. Oh, sehr schön. Setz das ein. Windstoß. Oh, das tat weh. Aber... Jetzt kommt der Pokéball von hinten, mein Junge. Bam! Oh mein Gott, das hat sich befreit. Ist wütend. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui so viel aber gut gemacht deswegen müssen wir uns erst mal wieder unser igelawa kommen akku ich glaube das erste entwickelte pokémon was wir gesehen haben zu bad ja ja wann zu was ist nicht gesehen aber wir haben auch schon zu bad gesehen damier plex damier plex kommen hierhin schuld von hinten in so einer liste die du offen hattest aber die plex war das ich pass runtergefallen nicht aus der ball rausgekommen sehr schön zu weinen weg ich hatte meinen mein pokémon ausgerüstet ich wollte es eigentlich bangen soll er versuchen es zu one shotten mit dem flammenrad vom rad kommen ja jetzt dieses oder und ich spiele ich sage schon auch hier dann können was damit jetzt wohl besiegt wir haben eine vital knospe dafür bekommen wie war da noch eins oder das gras gehen ich glaube da und drunter ist ein pokémon machen wir mal auf ein aufgeschrecktes klein stein wir haben gedanken gut machen wir mal zeigen was gedanken gut macht sie kraft wurde erhöht defensiv kraft wurde erhöht weiter und dafür dass das sehr effektiv war und das level 12 ist hat es nicht so viel schaden machen wir mal eine stadt konfusion kommt dass das gedanken gut ist ein one shot mit krit ich glaube das hätte auch level 20 sein können das wäre ein one shot gewesen was hat es gemacht habe ich das gerade angegriffen wollte ich das aber angreifen kannst du nicht ausdenken ich glaube so weit können wir eh nicht werfen aber zu was sehr schön entwicklung möglich wir können scheinwuchs entwickeln let's go entwickeln zulassen unser scheinwuchs wird zu luxio sehr schön mögt richtig richtig das hast du du hast doch angelernt sehr schön mal ein schwarz mit scheinwuchs zu tun hat ja haben wir schon cool was darfst du mal machen das werden das werden trifft long nein 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 ich möchte das zu hat dammit uiuiui knapp knapp ok ok ähm trifft long los oh gott viel zu viele pokémon das wird von gedanken gut war für dich sehr schön so und stoß ok macht schon ein bisschen schaden kleinstein sieht aufmerksam zu äh wir fokussen uns erstmal auf das kleinstein machen wir mal eine starke konfusion auf das kleinstein und es ist da und sehr schön okay haben wir schon die größte gefahr gebannt weil das ding kann nämlich eine böse sache machen hypnose ok ist schlimm aber ist jetzt nicht so super schlimm das ist schlimm ich muss nicht das zu hat auch bis schon kann auf level 12 ähm luxio töte das zu hat ist das eins von unseren jungs gekillt ist zeit für the avenger mit dem donnerzahn sehr schön so äh beleben wir mal unser drittlondrecht wieder yes und geben den auch im trank so nix erscheinungs ganz mischmal so drittlond mhm die zu 100 prozent trifft also naja 100 prozent nicht aber zu 90 sehr schön sehr schön das kann nicht angreifen sehr schön na ist schon wieder gut dann Zeit für ein erstauner er macht nicht so viel jetzt war noch schläfrig fangen wir es yes jawoll sehr sehr gut sehr sehr gut wir haben ein bisschen mehr ep eine quest wieder geschafft oh da war es ne oh die iglava ist schon da wird 20 oh nee fünf apricots waren im baum sehr schön oh ich sehe da einen kleinen stein kampf alles nicht sehr effektiv aber vom tempo her können wir auch nichts interessantes machen dann machen wir mal plammrad na ich mach mehr als die hälfte ah aber nur mit crit in dem stelle ok was aber das ist mhm machen wir machen wir einen ruchzug hee fehlt wirklich probieren wir einfach direkt einen pokéball komm mal bleib einfach drin komm mal voll sehr gut hu ja iglava auch mal direkt wieder einen trank yes jetzt die musik ist gerade auch wieder ein bisschen weird weil es nacht ist oh wirklich eigentlich schön yeet richtig yeet ist das da unten das ist ein pokémon oder das ist ein stein einfach nur hier ist auf jeden Fall Sternenstaub drinnen den nehme ich gerne mit ui ok der hält tatsache ein bisschen was aus machen wir mal einen starken walzer Krafttechnik ja jawoll Zubat besiegt oh das ist gut das ist gut was gibt es hier ich bin so verwirrt ne wo es lang geht wo es nicht lang geht das ist ein Pudox und ein Mutterpel what bitte sag mir dass es nur das Mutterpel ist und nicht das Pudox auch noch meistens nur das Pudox ok gut dann 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 machen wir ein Flammenrad let's go los Iglaver nice to have one shot it mit dem Crit das bringt erstmal gut EP ok jetzt die 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 Bis zum nächsten Mal.